Atemübung Palme Diese Atemübung belebt den Körper. Komm zum Stehen. Stehe aufrecht und stabil. Bringe deine Hände vor den Schoß zusammen. Mit der Einatmung hebst du die Arme seitlich über den Kopf. Halte hier den Atem an und kippe leicht nach rechts und nach links. Mit der Ausatmung senke die Arme seitlich und führe die Hände wieder vor im Schoß zusammen. Wiederhole dies mindestens fünf Atemzyklen. Weitere Informationen zu natürlichen Heilmitteln finden Sie unter www.heilpraxis.de www.heilpraxis.de